Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg wird Teil der deutschen Mannschaft im olympischen Fußballturnier in Japan sein, das berichtet der Kicker. Beim EM-Triumph 2017 der deutschen U21 war der heute 27-jährige Kapitän der Auswahl von Trainer Stefan Kunz gewesen. Wolfsburgs U21-EM-Champion Riedle Baku wird dagegen nicht zum Olympia-Aufgebot gehören. Wenn die Boulevardpresse erfundene Geschichten über Erling Haaland verbreitet, dann kümmert sich der Norweger höchstpersönlich um die Aufklärung. Die griechische Zeitung Sportheim berichtete, dass der BVB-Star in seinem Urlaub auf Mykonos keine Kosten scheute. Im Artikel hieß es, dass Haaland einen Nachmittag im Restaurant Namos, einem der berühmtesten Beachclubs auf Mykonos, verbracht habe. Dort habe er 500.000 Euro ausgegeben und 30.000 Euro Trinkgeld gegeben. Auf Twitter verwies Haaland die Berichte jetzt aber ins Reich der Fabeln. Ich glaube, sie haben das Hauptgericht vergessen, schrieb Haaland bei Twitter und ergänzte Fake News. Nach der 0-4-Pleite von Wales im EM-Achtelfinale gegen Dänemark sorgte ein frustrierter Gareth Bale für Aufsehen. Nachdem der Wales-Kapitän die üblichen Fragen zum Spiel beantwortet hatte, brach der Real Madrid-Profi das Interview mit BBC abrupt ab. Der Reporter wollte wissen, ob das nun das letzte Spiel von Bale für Wales gewesen sei. Der schüttelte daraufhin genervt den Kopf und stürmte einfach davon. Später am Abend sprach er aber noch bei S4C. Ich will weiterspielen, die Leute stellen die ganze Zeit dumme Fragen. Aber offensichtlich liebe ich es, für Wales zu spielen. Ich werde für Wales spielen bis zu dem Tag, an dem ich aufhöre, Fußball zu spielen. So Bale. Am Dienstag trifft die DFB-Elf im Achtelfinale der EM auf England. Der Fußball-Klassiker findet auch noch im Wembley-Stadion statt. Robin Gosens hat jetzt allerdings Kritik an der für das Stadion zugelassenen Zuschauerzahl von 40.000 geäußert. Ich finde es dann schon irgendwie auch ein bisschen, ja was heißt, schon grenzwertig, wenn ich ehrlich sein soll. Weil am Ende des Tages sind da jetzt 40.000 Zuschauer in diesem Stadion im einzigen Land Europas, wo wahrscheinlich aktuell die Inzidenzen überdurchschnittlich hoch sind. Das macht es für uns sicherlich jetzt nicht ungefährlicher. Wir wissen zumindest, dass wir in einer Bubble leben und auch soweit es geht abgeschottet sind von äußeren Einflüssen. Dementsprechend fühlen wir uns schon so sicher, wie es eben geht. Aber klar setzt man sich mit der Thematik auseinander und ist das sicherlich alles andere als optimal, wenn man das Gesamtbild sieht.